Die Weiten des Weltraums. Noch immer sind sie voller Rätsel. Eines davon der Ursprung der hochenergetischen kosmischen Strahlung. Schwarze Löcher, kollidierende Galaxien, Neutronensterne. Wo ist die Quelle dieser kosmischen Geschosse, die mit gewaltiger Energie in die Erdatmosphäre eindringen und alles Leben auf diesem Planeten beeinflussen? Hier, in dieser kargen Gegend am Rande der südamerikanischen Anden, will man einem der größten Rätsel der Physik auf die Spur kommen. Nur wenige Straßen führen hierher, das Zuhause von Gauchos und ihren freilaufenden Rindern. Bis zu 5000 Metern türmen sich die südlichen Anden im Grenzgebiet von Chile und Argentinien auf. Im Schatten der Berge die Pampa. Hunderte Kilometer nichts als Gras und Sträucher, hier und da ein paar herrenlose Pferde. Ein einsamer Ort zur Erforschung der kosmischen Strahlung. In 1938, Pierre Auger discovered that when one measured coincidences, simultaneous cosmic rays with detectors very far apart, he got real signals. I feel we have to measure as carefully as we can within some limits of science and money and so forth, every aspect of each cosmic ray that comes down to us. Und hier wird geforscht, die Kleinstadt Malargue im Westen des Landes. 1200 Straßenkilometer sind es bis nach Buenos Aires. Bei 50 Prozent Arbeitslosigkeit in der Stadt leben die Menschen hier seit Jahren sehr einfach. Alte Autos oder Pferde bestimmen das Bild auf kerklichen Straßen. Doch allmählich ist ein Wandel sichtbar. Die neue Jesus-Statue und die Kirche an der Hauptstraße zeugen vom Aufschwung. Mit den Wissenschaftlern von Auger kam wieder Leben in die Gegend. 50 Millionen Dollar wurden investiert, um die Vision von einem Pierre Auger-Observatorium wahr werden zu lassen. I suppose in some sense in the Dublin Conference in 1991, it was clear to me that we ever wanted to make any progress on this problem of the highest energy cosmic rays. Cronin, Physik-Nobelpreisträger von 1980, trieb das Projekt voran. Wo heute die Antennen und das Hauptgebäude des Observatoriums stehen, war vor fünf Jahren noch ein Feld. Pierre Auger, das bedeutet vor allem den Einsatz hochmoderner Technik. Diese hochempfindlichen Lichtsensoren aus Frankreich, sogenannte Photomultiplier, sind auf der Jagd nach den Elektronen und Myionen in den durch kosmische Strahlung ausgelösten Luftschauern. Sorgfältig werden sie in diese zehn Quadratmeter großen Spezialkunststofftanks eingebaut, die später mit hochreinem Wasser gefüllt werden. Das hochreine Wasser verhindert die Ansammlung von Bakterien, die die Sicht für die Lichtsensoren trüben könnte. Zuletzt kommt eine diffus reflektierende Innenverkleidung hinzu. Dann werden die Tanks luftdicht verschlossen. Wenn ein solches Objekt aus dem Kosmos auf die Erdhülle stößt, auf die Atmosphäre unserer Erde stößt, dann stößt es irgendwann zusammen mit einem Atomkern der Stickstoff- oder Sauerstoffmoleküle in der Atmosphäre. Und dann gibt es Sekundärprozesse, dann gibt es Explosionen, Kernexplosionen, wenn man so will, wo aus einem Teilchen 100 Milliarden werden. Beim Eindringen in die Tanks erzeugen diese Sekundärteilchen dann einen schwachen Lichtblitz im Wasser. Die sogenannte Cerenco-Strahlung, die von den Wänden des Tanks reflektiert und von den Photomultiplier erfasst wird. Die Tanks arbeiten autonom, die Stromversorgung sichern Solarzellen. Die so entstehenden Daten eines jeden Tanks werden über ein modifiziertes Mobilfunksystem an die Zentrale in Malargue gesendet. Nach dem Endausbau werden es 1.600 Tanks sein, verteilt über 3.000 Quadratkilometer, ein Fangnetz für die Teilchenschauer. Hier in der Zentrale werden alle Informationen der Tanks vollautomatisch gesammelt und ausgewertet. Im Jahr 1999 begann der Aufbau des Experimentes. Auf dem Platz vor der Montagehalle am Hauptgebäude werden die Tanks seither für die Verteilung in der Pampa vorbereitet. Ein routiniertes Team von Spezialisten führt sorgfältig die Endmontage der 12.000 Dollar teuren Polyethylentanks durch. Präzisionsarbeit sollen doch die Tanks ihre Mission unter freiem Himmel 15 bis 20 Jahre wartungsfrei überstehen. Trotz Staub, Kälte und der sommerlichen Hitze draußen in der Pampa. Zu je vier Stück werden sie dann auf einen Truck verladen, der Weg nach draußen in die Pampa beginnt. Die gelbe Farbe der Tanks eine Vorschrift der Regierung. Das Experiment soll sich so gut wie möglich an die Natur anpassen. Über 3000 Quadratkilometer, dreimal so groß wie Berlin, ist die Gesamtfläche des Detektorareals. Das betrifft alle bisherigen Experimente um das Dreißigfache. Der Aufwand lohnt sich. In der westargentinischen Pampa Amarilla sind die Bedingungen für die Forscher ideal. Eine Ebene in 1500 Meter Höhe, weit genug entfernt von den störenden Einflüssen der großen Städte. Das Projekt schuf auch Arbeitsplätze für die Fahrer der Trucks. Ein Grund, warum die Wissenschaftler in der Pampa gern gesehen sind. Doch die Pampa ist ein unwegbares Gelände. Endstation für den großen Truck. Die Tanks müssen umgeladen werden. 400 Kilogramm bringt jeder auf die Waage. Kleinere LKWs bringen die Detektoren an die zuvor genau per GPS festgelegten Plätze. Dort werden sie dann später mit dem hochreinen Wasser befüllt, was ihr Gewicht auf 12 Tonnen pro Tank erhöht. Die höchsten Energieteilchen sind so selten, dass nur eine möglichst große Fläche wissenschaftliche Erfolge in kurzer Zeit verspricht. Mitte November 2005. Die offizielle Eröffnungsfeier des Pierre Auger Observatoriums. Man ist sich einig, der Nobelpreis von James Cronin hat dem Projekt entscheidend den Weg geebnet. Türen geöffnet, 16 Regierungen dazu bewogen, die Mittel zur Verfügung zu stellen. Auger ist ein Schmelztiegel von Astrophysik und Teilchenphysik und ein Modell für die internationale Zusammenarbeit bei der Grundlagenforschung. Wir, in der Wissenschaft, sind unglaublich glücklich, dass die Regierungen, die all die Leute, und die Gerechtigkeit der Wissenschaft, die immer wieder zufrieden sind, die technisch geschehen, die immer mehr genutzt werden, hat eine praktische Wert, hat die sogar einen deeper, einen menschlichen Wert zu verstehen, die Natur alle am Stil, die klein, die große Dinge, die große Dinge und so weiter. Auger ist, insofern, Part of that. Gemeinsam mit James Cronin eröffnet Studenten aus allen Mitgliedstaaten symbolisch das Pierre-Roger Observatorium, benannt nach dem französischen Entdecker der Teilchenkaskaden. In einer beispielhaften Zusammenarbeit konzentrieren mehrere hundert Wissenschaftler am Pierre-Roger Observatorium der Kräfte auf die Lösung eines der großen Rätsel der Physik. Der deutsche Anteil beträgt 20 Prozent. Besonders das Forschungszentrum Karlsruhe trägt den Hauptbeitrag bei den Teleskopsystemen. Der deutsche Physiker Jonny Kleinfeller lebt seit Jahren in Malargue. Er leitet den Bereich Fluoreszenzteleskope. Insgesamt arbeiten vier Teleskopstationen, größtenteils vom Forschungszentrum gebaut. Die Station Los Leones steht auf einem Vulkanhügel und überblickt das Tankareal vom Süden her. Jedes einzelne Teleskop hat einen 180-Grad-Sichtwinkel. Noch in 40 Kilometer Entfernung können damit fluoreszierende Leuchtspuren kosmischer Einschläge beobachtet werden. Innen fällt zuerst die Spezialkamera mit insgesamt 440 kleineren Fotomultipliern auf. Dahinter ein 14 Quadratmeter großer sphärischer Spiegel. Die Größe der Teleskope wird durch die Forderung festgelegt, Schauer mit einer Energie von 10 hoch 18 Elektronenvolt messen zu können. Normalerweise wird hier mit Hochspannung und in völliger Dunkelheit gearbeitet, um den Rätseln der kosmischen Beschleuniger auf die Spur zu kommen. Ein großer Teil der kosmischen Strahlung kommt aus unserer Galaxis. Aber die Strahlung, nach der wir suchen, das Ende des Energiespektrums, da wissen wir nicht genau, wo sie herkommen. Aber der Grund ist, wir wissen nicht, wie man diese Teilchen auf diese hohen Energien beschleunigen kann. Nur mit diesem gewaltigen Aufwand kann eines Tages die Frage geklärt werden, wer die kosmischen Hochenergie-Teilchen hervorbringt. Bisher gibt es viele Hypothesen. Auger will auch die theoretischen Physiker anregen, weiter über dieses Problem nachzudenken. Wenn man feststellen könnte, da gibt es einen dieser kosmischen Beschleuniger, würde das bedeuten, okay, es ist möglich, dass dieser kosmische Beschleuniger das Teilchen erzeugt hat. Dann müssen wir unser Verständnis, unsere Theorie über diesen kosmischen Beschleuniger erneuern. Mit Messzeiten von 15 Jahren rechnen die Wissenschaftler. Dabei gibt es die Idee, die Teleskope vollautomatisiert zu steuern und über das Internet von Deutschland aus zu überwachen. Mit dem spektakulären Sonnenuntergang der Pampa beginnt Nacht für Nacht die Jagd nach den Leuchtspuren der Teilchen. Der Kamera bleibt nur eine Viermillionstel Sekunde, um die von fluoreszierenden Stickstoffmolekülen abgestrahlten Ultraviolettblitze aufzuzeichnen. Hightech aus Karlsruhe. Ich habe Hans Blumer kennengelernt, weil er auf den Experimenten auf der CP-Biolation gearbeitet hat. Das ist etwas, was ich gemacht habe. So, ich habe, was ich an der Goodwill trip in Argentinien. Ich habe die German- und French- und Czech- und andere. Wir alle tourten zu Mendoza, Malagwe, hatten die Leute mit den Leuten. Und wenn Hans Blumer zurückgebracht hat, er hat gesagt, das ist das, was wir tun, in der Forschungszentrum. Hier in der Computerzentrale laufen alle Informationen zusammen. Hier werden die Messdaten der Teleskope mit den Signalen der Wassertanks abgeglichen. Dabei hängen alle Messungen entscheidend vom Wetter ab. Messungen mit den Fluoreszenzteleskopen sind nur in der Woche vor und nach Neumond, bei wolkenlosem Himmel und wenig Wind möglich. In dieser Weltgegend sind das nur 80 Nächte pro Jahr. Doch die Daten allein des ersten Messjahres sind beeindruckend. Sie erlauben nicht nur die genauere Messung der Energie der Teilchen, sondern auch erste Aussagen über die Richtung, aus der sie kamen. Ich kann Ihnen für sicher sagen, wir werden die Energie sehr gut measureieren. Wir werden, zu einem gewissen, ob es prinzipiell, heavy nuclei, ob es protons, oder eine mixturee der beiden. Wir werden sagen, ob es eine Symmetrie ist, mit den höchsten Energien in verschiedenen Bereichen der Welt. Und diese sind die Fragen wir wollen, und wir werden diese Fragen beantworten. Und wir werden diese Fragen beantworten. Wir werden das definitiv nicht verantworten. Aber was die Natur uns geben wird, ich weiß nicht. Große Überraschungen, Sensationen sind möglich. Der gewaltige Teilchenbeschleuniger draußen im All, gar Zeuge eines anderen Universums? Sind es gigantische Stoßwellen kollidierender Galaxien? Oder gar eine neue Physik, die Korrekturen an Einsteins spezieller Relativitätstheorie erzwingt? Wie beeinflussen die geheimnisvollen Teilchen aus dem Weltraum unser aller Leben? Die Enthüllung des Rätsels um die hochenergetischen Teilchen. Vielleicht ein Blick in die Entstehung des Lebens selbst? Man darf gespannt sein. Das ist dieanne, denn eine Tatsache nachdem die Körgermeister auch möglich wäre. Aber das hat sich immer in der Nähe des Lebensstilzern. Die muss man den Rätsel zwischen unsern und Böden bei der Unterrensung der ironically, und die Körgermeister, dann kann man das in der Nähe des Lebensstilzern für eins. Aber das ist das, was man ein paar Dinge gibt. Was zum Eingang verbaut, wir sind dann Programs pięter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020